Herzlich Willkommen zurück zu deinem Let's Play Need for Speed. Weiterhin mit meinem Ich-Kakla-Buh. So, wir fahren jetzt mal ein Rennen. Dieses hatten wir schon. Wir fahren mal da hin. Und ab geht's. Ja, wir haben hier schon so ein Auto. Das hört sich natürlich schon gewaltiger an. So. Können wir mal auf NOS drücken, wie das ist. Ja, für Stufe 1 ist das schon ziemlich nice. Ja, so gefällt mir das jetzt mit auf Bremse drücken und dann den Drift einleiten und nicht mit Gas spielen. Weil man möchte ja manchmal in der Kurve einfach nur vom Gas gehen. Oh, Herr. Vielleicht fahre ich ja eins. Klingt aber nicht danach. Ich gönne mir nur eine Pause. Ach, halt die Klappe. Bist du etwa wegen des Wetters hier? Nein, bist du nicht. Du willst Rennen fahren. Und du bist wirklich mit Lucas verwandt? Das frage ich mich auch. Ich habe Papis Schnelligkeit geerbt. Und Lucas? Die Schraubenschlüssel. Ich wette, er kann echt schnell den Luftfilter wechseln. Ja, das kann er im Schlaf. Was zu ihm passt, weil es nämlich stinklangweilig ist. Ach, lass dich von ihm nicht ausbremsen. Niemals. Gut, gut. Dann ab ins Rennen. Ja, du redest doch mit mir. Die ist ja was hektisch. So. Ab geht's. Dann wollen wir uns jetzt mal einen Namen machen hier. Ja, also so gefällt mir das echt schon ganz gut. Aber wenn ich jetzt driften will, mache ich so. Perfekt. Wir hauen jetzt tagsüber erstmal in die Tagesrennen raus. Und dann gucken wir mal. Mein Baum. Also Endgeschwindigkeit ist ja nicht unbedingt der große Bringer. Aber der liegt halt wie ein Brett, ne? Sind echt Kilometer weit weg. Wie viele Runden sind denn das? Drei. Alles klar. Da ging gerade das Nitro ins Rennen. Ganz leere gefühlt. Aber rockt schon ganz gut. Das ist natürlich jetzt klar, durch die Autos, die wir da gekriegt haben, ist das natürlich jetzt alles ein bisschen leichter. Aber das wird sich ja mit der Zeit dann ja auch ändern. Dann können wir hier nochmal schön auf Nitro drücken. Leider wieder falsch gemacht, aber nicht schlimm. Gewonnen. Wir machen uns einen Namen, Babys. Easy peasy. Ziel. Wieder 10.042, das Shooting, was wir im letzten Video gemacht haben, hat sich schon rentiert. So. Dann hätten wir noch ein legales Rennen hier. Fangen wir da auch noch hin. Upsa. Kann man sagen, was man will. Man gewöhnt sich sehr schnell an die Steuerung. Und starten. Macht schon Spaß. Kann man nicht anders sein. Gucken, wie lange. Okay, man kann das auch überspringen. Alles klar. Auch wieder drei Runden. Ja, das funktioniert also mit dem Driften wirklich schon ganz gut. Man muss ja überlegen, es sind ja noch kleine Autos, die man hier fährt. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das macht es schon gut. Gegner nicht zu sehen. Ich denke, die Abkürzung geht nicht, weil da ja ein Checkpoint auch ist. Juhu! Bin ich gut. Sagen wir gleich hier hin. Ja, man muss so ein bisschen wie das Limit wirklich herausfinden. Die sind erst da. Luschen. Einmal hupen. Ungewollt. Jetzt will ich Gas machen. Und hinaus. Und voll rum. Jawohl. Gewonnen, Ladies and Gentlemen. So. Haben wir gewonnen, Leute. Dann sind wir normalerweise mit den ganzen... Was habe ich jetzt gemacht? So, man kann jetzt auf Nacht stellen. Also. Wir haben jetzt eigentlich... Wie kann man denn ganz rauszoomen? So, danke. Wir sind eigentlich mit den ganzen Tagrennen... Da sind die Cops-Kuppeln. Da sind die Cops-Kuppeln. Und jetzt gehen wir zu ihr. So, Gas. Das war oben. Kriege ich jetzt ein Date mit dir? Ja, möchte ich fahren. Aufsahmigkeit. Nachts verfügbar. Ja. Nacht. Wie kann ich das jetzt... Wie kann ich jetzt auf Nacht gehen? Wie kann ich denn jetzt die Zeit vorstellen? Kann man das an der Tankstelle? Wie kann ich denn die Nacht jetzt machen? Muss ich dafür in die Garage? Spielpunkt schließen... Und Nacht. Alles klar. Verstanden. Danke. Die Nacht sieht einfach... ...hundertmal geil aus in dem Spiel. Wirklich. Okay, das darf ich noch nicht machen. Habe ich doch schon gemacht. Neu. Da oben. Haben wir sonst noch eins? Nein, warte mal. Äh, Zoom. Danke. Und das habe ich noch nicht. Das habe ich noch nicht. Okay, okay, jetzt komme ich so langsam hier aber hin, wo ich hin muss. Ab geht's dahin. Klopfen. Also, ich kann es nicht wieder So, gehen wir jetzt zum Nachtrennen und dann gucken wir. Upsa. Start. Ich bin gespannt. Zieh Platz 1, ja. Alles klar, überspringen. Okay, jetzt habe ich mich hierhin da festgefahren. So. 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 dann bringt das irgendwelch auch was. So. Jetzt rk ich Gas hier. Ei, 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 aua. Aber diesmal mache ich nicht den Fehler. Jawohl, schöner Düft. Hätte man damit NOS noch rausbeschleunigen müssen wieder, aber hat ja auch so funktioniert. So, tada. Okay. Das haben wir doch gerade gefahren, oder nicht? Nacht. So, danke. Nee. Das müssen wir auch machen. Danke. Danke. Ab zum nächsten. Tschüss. Jetzt sage ich erstmal wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaut habt. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Okay.